Das Feuer-Gift-Herrscher-Pokémon Amphira und seine ganzen kleinen Molunk waren keine Herausforderung für unser Wuffels und somit haben wir diese Prüfung hoffentlich gemeistert. Der Kiawa und seine tanzenden Knogger. Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Da nicht für. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium-Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Wie zu und er freut sich. Im letzten Part bekamen wir die Holzkohle und jetzt bekommt unser Starter wohl noch ein neues Item. Aber das ist mir wert, ich will es ausprobieren. Prüfung bestanden! Yay, 100 Punkte! Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Feuer. Geht das nicht ohne Posen? Ist bestimmt so ein Plot-Riss am Ende des Spiels. Die Posen sind eigentlich nicht notwendig. Euch vielen Dank, liebe Knogger! Deine Alola-Knogger können sonst nix, ne? Außer Dancen. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier! Flottbälle? Zum Anfreunden? Ne, das war doch ein anderer. Wo die Sympathie dann direkt... War das nicht ein Luxusball? Flottbälle sind damit dazu gut, dass man die am Anfang eines Kampfes schon einfacher kollekten kann. Wie er meint. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Klurak ganz einfach per Pokémobil-Funk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Klurak. Einfach mal so ein Klurak. Danke. Geil. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium-Z der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. So lange, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbündet. Wett für eine Prüferin. Jetzt können wir durch die Barriere des Käpt'n zur nächsten Route gehen. Bzzz. Da war was, ne? Da war was. Jo, danke. Mit den dicksten Koronnes gehen wir hier runter. Ja, wie gesagt, wirklich ein bisschen schade. Mitzunder Holzkohle empfiehlt sich, aber ich möchte trotzdem auf jeden Fall mal das probieren. Pyrium-Z. Aha. Machen wir doch. Wird er bestimmt auch bis zum Ende des Spiels bei sich behalten, würde ich schätzen. Aber okay, wir haben die Holzkohle, falls mal irgendetwas sein sollte. Ich gratuliere dir zum erfolgreichen Aufstieg. Lass mich dein Team für dich wieder fit machen. Das ist nett. Dankeschön. Vielen liebende. Wo ist denn das jetzt gleich? Ich wollte sowieso nochmal ganz kurz hier runter gehen. Da hat was in dem Gebüsch geleuchtet. Da. Tatsächlich. Der Zigarrewürfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Das ist schön. Das sind die Vulkanschwestern. Die waren nicht gemeint, ne? Die sagen nur, wo es irgendwie am Vulkan lang geht. Mit denen haben wir schon geredet, deswegen. Auf dem unteren Bildschirm tut sich auch verdammt wenig. Gucken wir nochmal hier ins Gebüsch. Und zwar ein wildes Tragosso. Ja, wir haben Alola Knogger gesehen. Aber gibt es keine Alola Tragosso? Oder habe ich echt eine an der Waffel? Das wäre sogar eine Möglichkeit. Aber ich glaube schon, dass es welche gab. Egal. Die Frage kriegen wir auch noch beantwortet. So. Also geht es da drum, dass wenn ich mich jetzt hier wegbegebe aus dem Bereich Ich habe noch nicht versucht nach Norden zu gehen. Ich denke, das ist gemeint. Eigentlich hätte ich ganz einfach mit Klurak zurückfliegen können. Ist das? Ist Klurak die VM fliegen? Magby habe ich auch schon mal erzählt. Könnt ihr gerne fangen. Wenn ich noch ein Elektropok- Ach, Elektro. Wenn ich noch ein Feuer-Pokémon fehl. Denn es wird später zu Magma und dann sogar zu Magbrand. Und das ist ein ordentliches Vieh. Genauso wie Ele-Voltek. Die hat man schon immer in einem Zug genannt. In der ersten Gen. Dann bekommen sie in der zweiten Gen ihre Baby-Form. Ach so, die da vorne. Die war gemeint. Und in der vierten ihre Entwicklung. Die Reihenhauen. Oha! Du hast ein Pyrium-Z. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Ki-Avis-Prüfung. Na dann wollen wir mal. Das ist ein schöner Tunnel. Sieht aus wie für Autos. So, bitteschön. Du kannst jetzt durch. Zum Schatten-Dschungel der Prüfungsstätte von Käpten Maho gelangst du über Route 8. Die haben wir schon mal gesehen, ne? Käpten Maho, das war die grünhaarige. Hinter Route 8 liegt die nächste Prüfungsstätte. Bzzz. Aha. Gibt's schöne, geile Trainer wieder. Wie bitte? Du willst gegen mich einen Trainer auf seinem Zenit kämpfen? Das lässt sich arrangieren, aber nur wenn du erst alle anderen Trainer auf Route 8 besiegst. Das steht auch noch auf Route 5 aus. Der Meerblick raubt einem der Arte. Insel Wanderschaftsschild. Durch die Entwicklung wird ein Pokémon zwar stärker, aber gleichzeitig ändert sich auch der Level, den es erreichen muss, um neue Attacken zu erlernen. Wenn du die Stärken und Schwächen deiner Partner kennst, wird deine Insel Wanderschaft umso leichter. Das will ich meinen. Yo, alle anderen Trainer. Ich fang direkt an. Legst du ab und zu mal eine Poképause ein? Die Pokébohnen, mit denen du deine Pokémon während einer Poképause füttern kannst, gibt's übrigens im Pokémon-Ressort. Poké, Poké, Poké. Pokétermine. So, oh, da ist was. Ich hoffe, ich hab bisher keine geheimnisvollen Lebensformen übersehen. So. Alle anderen Trainer. Bisher sehe ich nicht so viele. Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Wieder jemand Neues. Das ist Akromas? Das ist Akromas! Pokémon Schwarz 2. Was jetzt gerade noch läuft. Da war er. Den gibt's hier? Was? Kay? Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Akromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit... Nuschel nicht so. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Zittring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich auch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Let's Play Marcus. Verstehe, das merke ich mir. Habe ich schon mal gehört. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir diese TM. Nitroladung. Akromas ist ja eigentlich nicht böse. Er ist so wissenschaftlich, dass er sich selbst nicht sieht, ob er bei gut oder böse abhängt. In dem Falle Team... Welches Team war es nochmal in Schwarz? Plasma. Ja. Der richtige Einsatz der Attacke Nitroladung kann dir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels Schattendschungels erleichtern. Die Z-Kraft ist sie, das hohe Nachricht suche. Übertrifft sie den Mega-Ring? Hier in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Ressort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl noch eine Weile hierbleiben. Ich verabschiede mich, Let's Play Marcus. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Auf jeden Fall. Aber wenn es dann in der neunten Pokémon-Generation ist. Unsere dritte Prüfung Akklappss. Der Schattendschungel wartet auf uns. Äh, Nitroladung. Sieht nach einer starken Elektro-TM aus. Ich weiß es. Er hat sich ja ein bisschen auf Stahl spezialisiert, aber das ist ja oftmals kommt mir zumindest das... Ach, das ist Nitroladung. Das Feuer. Hups. Ist oftmals verbunden mit Elektro durch Magnuson und sowas. Okay. Ja, kam ich eben echt durcheinander. Also, pass auf. Physik 50-100. Anwender hüllt sich in Flammen und greift das Ziel an. Sammelt seine Energie und erhöht dadurch seine eigene Initiative. Ja. Soll ich das vergleichen mit Feuerzahn. Muss ich sagen, dass Feuerzahn stärker ist. Deswegen lasse ich's mal noch. Feuerzahn ist einfach stärker. Und die anderen Techniken möchte ich jetzt nicht verballern. Ach, Krummers. Ich dachte mir, der kommt mir doch verdammt bekannt vor. Verdammt bekannt. Ein Molunk. Also, am Anfang war es wirklich nicht einfach, Pokémon zu finden. Für die Leute, die nicht unbedingt jetzt Flamme als Starter genommen haben, die haben ja echt die volle Auswahl aus guten Pokémon. Sowohl Molunk als auch Magpie würde ich ins Team nehmen. Hätte ich nicht schon ein Feuer-Pokémon dabei. Riesenperle hier. Und das war's. So ziemlich. Aber mich sollte alle Träne hier besiegen. Ich geh mal da in den Bunker rein. Ich hätte fast gesagt Wohnmobil, aber nicht so ganz. Äther-Typen? Hallo Trainer, wie ich sehe, hast du einen Pokédex. Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Aether Foundation zu arbeiten? Keine Zeit. Das ist aber schade. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Hä? Ich sag mal ja. Prima. Wir von der Aether Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Aber damit es zu uns gelingt, müssen wir zuerst mehr über sie herausfinden. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Velursi, das auf Route 8 lebt. Die Aether Foundation liegen zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus seinem Pokédex-Eintrag. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fang auf Route 8 Velursi und zeige mir seinen Pokédex-Eintrag. Du bekommst selbstverständlich auch noch ein kleines Honorar. Also dann, ich zähle auf dich. Wenn ich eins hab, ich werde dran denken. Außerdem habe ich auch den Typ nicht vergessen, der auf Mele Mele einen Wuffels sehen wollte. Kann ich da mit Lurak hinfliegen? Ich probiere das gleich mal. Wir sind Mitglieder der Aether Foundation. Wir beschützen und kümmern uns um Pokémon, die von Halunken wie Team Skull verletzt wurden. Fleckmons Route ist zum Glück nachgewachsen. Dennoch, wie konnte Team Skull nur? Pokémon sind doch für uns etwas wie eine Familie. Ja, die Fleckmon Route. Lecker, ne? Spezialität von... Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt? Kommt gleich drauf. Nicht an der Modern City. Ich hab's gerade vergessen. Bleibt's nur in die Kommis, wo die ganzen Fleckmon rumchillen in Yoto. Diese elenden Hallunken von Team Skull. Fleckmons Route mag ja noch so lecker sein. Das gibt einem aber noch lange nicht das Recht, sie einfach so auszureißen. Fleck. Oh, Mann. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. Das wäre schon interessant zu wissen. Achso, ich gehe immer noch so VM-mäßig hier auf Pokémon. Nein, Y. Und jetzt Clurac-Flieger. Geht das auch noch Melle-Melle? Nur Akala? Es geht nur innerhalb der eigenen Insel. Hä, 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 haben nur mal Schwein gehabt. Das wäre natürlich umso geiler gewesen. Ich zweifle auch nicht daran, dass so ein Clurac einfach mal zu einer anderen Insel fliegen kann. Ja, warum nicht? Hi! Ich bin gerade auf einer Selbstfindungsreise, um herauszufinden, warum ich den Nick verliere. Ja, also... Das kann ich auch nicht beantworten. Das ist halt Fail, ne? Inga. Wir werden das mal analysieren. Sie hat ein Evoli. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, ihn zu entwickeln. Wenn du stärker werden möchtest, er kann stärker werden. Das ist möglich. Okay, Felskrab. Schabona. Wie sind wir leveltechnisch denn aufgestellt? Das Wofels immer noch der mit dem niedrigsten, oder war das jetzt unser Akub? Ich glaube schon, das Akub war, ne? Wofels konnte ja durch den letzten Herrscherbereich ordentlich aufholen. Hä? Ich denke zwar darüber nach, was ich falsch gemacht habe, aber ich blase bestimmt nicht Trübsal. Was bläst du denn? Kein Trübsal? Hm. So. Und du? Komm mal runter von deinem hohen Ross. sich von oben auf den Gegner zu stürzen ist eine exzellente Strategie. Ja gut, Strategie. Geh mir weg. Bist mir unsympathisch. Tränenaufnung, Marvin. Ja. Ist die Hoffnung zerstört? Fruberl? Könnte sein, dass es den schon mal gab. Ich glaube aber nicht. Ich glaube das nicht. Geh mal da weg. Das sieht mir nach Pflanze aus. Und Stein, Pflanze verträgt sich nicht so ganz. Mitzunder ist da wohl die bessere Variante. Vor allen Dingen können wir mal die Feuer-Z-Attacke ausprobieren. Bin mir sicher, Feuerzahn würde auch schon reichen. Aber ich gucke es mir trotzdem mal an. Z-Kraft. Dynamische Maxi-Flamme. Klingt schon mal richtig geil. Ich sah gar nicht so ernst aus. Der Chiava hat viel ernster geguckt bei der Pose und wir lächeln dabei. Dann zeig mal her diese Attacke. Übertreib nicht! Alter Schwede! Dass er nicht ganz Alola ausgelöscht hat, wundert mich. Das ist nur eine kleine Beere, Mann! Trompeg. Das ist die Weiterentwicklung von... Kann eigentlich jeder machen. Akup, mach mal. Weiterentwicklung des... Pepeg. Aber ich glaube, wir haben ihn noch nicht gesehen. Gucken wir mal. Das ist Trompeg. Ich finde, er sieht hässlicher aus als zuvor. Aber seine letzte Entwicklungsstufe ist wieder was Interessantes. Ich weiß, ein Käfer-Pokémon einzuwechseln bei einem... Pokémon ist jetzt nicht die, äh... Beste Taktik. Tö, Ruhrort. Aber trotzdem, es geht ja als Elektro. Ich spiel gerne mal mit dem Messer. Ich spiel gerne mal mit dem Feuer. So, habe ich hingesetzt. Ich kenne Funkensprung. Ruhrort heilt die Hälfte der Gesamt-KP. Er ist normal. Komm, greif an, Bursch. Die unendliche Geschichte, Teil 4. Ähm, nee. Bis ich mal einen Volltreffer lande. Dann guckst du blöd. Wer verliert als erstes seine AP? Ist echt langweilig geworden. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal wechseln zu Wurfels? Dann macht er immer weiter. So ein Schwein. Jetzt macht er Superschall. Ja, 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 ja. Das sind mir die richtigen Felsgraben aus. Jetzt wusste ich mal nicht mehr nötig wäre. Egal. Trainerhoffnung. Die Hoffnung ist tot, man. Irgendwie konnte ich aus dieser Strategie keinen Vorteil ziehen. Ja, weil das war voll die dumme Strategie mit einem Ruhrort. Gut, ich habe auch immer wieder genau das abgezogen. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Hypertrank, vielen Dank. Hier von der Anhöhe mal so ein bisschen schau. Tipps für Trainer. Es gibt zwei Arten von Pokémon-Attacken. Physische Attacken und Spezialattacken. Je höher der Angriffswert eines Pokémon ist, desto stärker sind seine physischen Attacken. Spezialattacken sind umso stärker, je höher der Spezialangriffswert des Anwenders ist. Das klingt voll sinnvoll, was? Da hätten wir auch schon hochgekonnt. Bären zum Mitnehmen für fast umsonst. Denn umsonst ist nur der Tod. Noch nicht mal, der kostet das Leben. Ganz gut. Ach, das ist auch noch mal eine Anhöhe. Dann du erst. Einer. Trainer gesichtet, Angriff wird eingeleitet. Du bist ganz schön braun gebrannt. Mir fällt das auf, dunkelfarbigen Pokémon-Trainer oder Charaktere gab's halt recht selten. In früheren Games hier stehen die in allen Ecken rum. Ich weiß, Lilia, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Ist in Ordnung. gerade in Amerika, sage ich einfach mal, ist es viel ausgeprägter in dieser ganze Diskussion. Schwarz und weiß. So, was mache ich denn mit ihm? Geduld. Das wird ordentlich wehtun. Weißt du was? Sandwirbel. Er speichert Energie und will mir irgendwann Fett auf die Fresse hauen. Aber nicht, wenn ich nicht weiter angreife. Je weniger ich jetzt angreife, während er Geduld einsetzt. Vorher ging es über ganz viele Runden. Jetzt sind es gar nicht mal mehr so viele. Ich fände es jetzt auch ziemlich schade, wenn Wurfels draufgehen würde. Ich hoffe einfach mal, dass ich... Was sinkt? Initiative. Och, komm, die heilt sich. Wird Sandwirbel eingesetzt, deswegen bin ich mal ein bisschen gewagter. Mache auch noch Jauler dazu. Angriff steigt. Stampfer. Durch Sandwirbel geht es daneben. Felsgrab. Ja, weiß nicht, ob es so viel bringt, ehrlich gesagt. Walzer. Sandwirbel verhindert. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst, bin ich ganz ehrlich. Darf ich noch ein drittes Mal angreifen? Ja, gut. Milchgetränk. Ich glaube aber, dass ich mehr... Ne, ich ziehe nicht mehr ab als Milchgetränk heilt. Das ist... Illusion. Komm, kriegste, kriegste. Jawohl. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Oder einen Milchtank. Aber ich war's klar. Das muss nicht doch so ziemlich immer, das. Aber wenn er einmal angreifen darf, war es das mit Wurfels und ich glaube, das wird auch so geschehen. Leider, leider. Ne. Er bleibt lame unterwegs. Oder sie. Sogar weiblich. Die Frage, würden jetzt zwei Felsgrab reichen? So, schauen. Gut möglich. Wird sehr knapp jetzt. Ich bin optimistisch. Ja. Mo! 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 Ich geb' mich geschlagen. Was ne'ne willkommen Abwechslung. Weil du sonst immer gewinnst oder was willst du mir erzählen? laber mir keine Frikadelle ans Ohr. So, das gönne ich mir noch. Ein Itemchen und dann setzen wir Clurak wirklich mal ein. Ich will den schon mal gehabt haben in diesem Part. Trompecker zu fangen, aber wenn ich mich für den entschieden hätte, hätte ich schon Pepec trainiert. Ist ja ganz klar. Item Hyperball, ja, das ist nice. Let's go! Wie sieht das aus auf Clurak zu fliegen? Geil wär's natürlich, wenn's in etwa so funktioniert wie... wie bei Omega Rubin Alpha Saphir. Aber nicht ganz. Es bleibt nur eine coole Animation. Sind wir schon da? Ohne dass die Musik sich wechselt? Ja, neul. Pokémon Center gibt's ja aber keins. Plurak! Hierhin! Kommt davon, ich unterschätze es so ein bisschen. Es ist nur eine Insel, die abgebildet wird, nicht die gesamte Region. Ich glaube, ich bin ja sogar ja, direkt im Avenue Royale. Nicht am Pokémon Center. Da konnte ich mich auch hinfliegen lassen. Ist ja gar nicht so weit weg, die paar Schritte. Krass. Hui! War heute einiges los, ne? Ja, geht, geht. Aber wir gehen's gechillt an. Und im nächsten Part gucken wir uns weiter da um und kommen wahrscheinlich zur nächsten Prüfung so allmählich. Mal schauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Stissel seid. Daumen hoch oder Daumen runter. Pokémon Wohnt wird immer bunter. Bis dann und ciao!